Hey Mila, du bist aber heute zappelig. Ja, seit heute Morgen schon. Was möchtest du denn am liebsten machen? Am liebsten würde ich einfach nur rennen, springen und hüpfen. Da fällt mir auf, dass wir da schon wieder beim Thema Wortarten wären. Hä? Warum meinst du? Wegen den Verben. Sie sagen dir, was ich mache. Ich erklär's dir. Mann, ich wusste gar nicht, dass Verben so viel Spaß machen. Mein Lieblingsverb ist dem Fall kicken. Haha, typisch Jungs. Was würdet ihr nur ohne Fußball machen?